Es ist Sonntagnachmittag auf dem Podstock und jetzt wird es ernst. Es geht um Aktivismus im Podcast. Es waren ja gerade Europawahlen und einerseits haben natürlich die Grünen gewonnen, aber es gab auch einen ziemlich heftigen Rechtsruck und deswegen ist es wahrscheinlich wichtig, dass wir uns auch mit Politik im Podcast, Politik beim Podcasting beschäftigen. Und wie das geht, was es da für Möglichkeiten gibt, das erzählt uns jetzt der Hanno vom ValoCast. Und er hat mir erzählt, dass er so ein bisschen einen Vortrag macht, aber sich auch natürlich auf eine rege Diskussion dann freut, wie ihr euch Aktivismus im Podcasting vorstellen könnt. Und ja, viel Spaß bei seinem Vortrag. Dankeschön. Ja, kurz zu mir, zur Vorstellung. Also ich heiße Hanno, ich höre schon seit 2012 Podcasts und mache seit 2016 verschiedene Formate, unter anderem eben den ValoCast und sonst noch für den CCC in Essen die Sybillinischen Neuigkeiten und noch so einen Laber-Podcast Arne Bude. Ich bin selber politisch interessiert, aber nicht irgendwie besonders in der Partei oder so, sondern einfach so interessiert und eben recht diskussionsfreudig und dann passt das ganz gut mit den Podcasts. Ich würde ganz gerne anfangen, einmal kurz sozusagen so eine kleine Bestandsaufnahme zu machen, was wir haben mit dem Podcast. Also für mich ist Podcast halt erwachsen geworden mittlerweile. Es ist nicht mehr einfach so, dass einige so ein bisschen rumspielen, sondern es gibt ein breites Publikum. Es war früher unabhängig, ist mittlerweile sehr Richtung Plattformen gegangen, eben auf Spotify und so weiter. Es gab da auf der Subscribe eine ganz schöne Keynote vom Tim Pridloff dazu. Die Zeitung, der öffentliche Rundfunk und so weiter springt auf. Also es erreicht eine relativ große Zuhörerschaft mittlerweile, konventionisiert sich aber auch. Und so ein bisschen getrennt davon ist YouTube für mich. Also ich bin selbst kein YouTube-Gucker, aber wie wir jetzt bei der Europawahl zum Beispiel bei Rezo gemerkt haben, gibt es da durchaus auch politisch interessierte und engagierte Menschen. Also von, ja, ich habe das hier mal so geschrieben, Bibis Beauty Palace, wo es halt sehr unpolitisch ist, möchte ich jetzt mal meinen, bis hin zu solchen Sachen wie diesem Rezo-Video, gibt es das da eben auch. Und insgesamt hat Podcast halt irgendwie einen sehr starken Zuwachs erfahren und ist halt ein großer Dschungel. Also für mich immer wieder erstaunlich, was da alles sich so tummelt an Leben. Und dann mal so eine kleine Bestandsaufnahme, wie Podcaster, also die Macher von Podcasts, Podcasterinnen, wie ich die so ein bisschen sehe. Für mich ist das halt eine Bubble. Also es ist, alles was ich immer so mitkriege, ist relativ ökologisch links angehaucht, sage ich mal. Es ist so eine heile Welt, so eine Wohlfühlblase. Und manchmal habe ich auch das Gefühl, dass Positionen, die man hat, dann geäußert werden und dann auch als Tatsachen irgendwie so geäußert werden, gar nicht groß erläutert werden wird oder hinterfragt wird. Und andere Positionen irgendwie dann als abwegig vielleicht rüberkommen oder sind so abgetan, wird gar nicht so richtig drauf eingenommen. Es wird nicht so richtig drüber diskutiert. Podcaster oder Podcasts haben häufig nie, also hatten zumindest zu Beginn, also das ist vielleicht, da hat sich auch deutlich geändert wahrscheinlich in den letzten ein, zwei, drei Jahren, aber gerade zu Beginn waren es vielfach so Nischenthemen. Und die beiden großen Formate für mich auch immer noch sind eigentlich Unterhaltungsdinge, seien das Laber-Podcasts oder auch andere Unterhaltungsthemen eben und so Nerd-Themen. Also gerade zu Beginn so IT-Kram, technischer Kram, aber halt auch andere wissenschaftliche Dinge oder so sehr spezielle Nischen, wo man sich im Expertenaustausch befindet. Ja, und auch das wieder geprägt jetzt von dem, was ich wahrgenommen habe, gerade zu Beginn des Podcast-Universums hatte ich den Eindruck, dass es vielfach Leute gemacht haben, die eher privilegiert sind sozusagen, nicht in schwierigen Verhältnissen und manchmal auch einfach Luxusprobleme diskutiert werden, an welcher, weiß ich nicht, welcher Mac jetzt der bessere ist oder welches iPhone man jetzt, also was das neue iPhone jetzt alles Tolles kann und so. Ja, ich nenne das einfach mal Luxusprobleme oder First-World-Problems. Viele Leute kamen halt aus der IT. Ein Privileg ist sicherlich, dass man viel Zeit haben muss, um Podcasts zu machen und damit ist auch nicht jeder immer gesegnet. Ja, und eine Sache, die halt irgendwie auffällt, ist, dass es irgendwie, wo sind die Rechten? Wo ist die konservative Fraktion sozusagen? Also es gibt da einen Thread im Sendegate, wo jemand nachgefragt hat, gibt es einen Podcast Dark Web, wo sind die Nazi-Podcasts? Und in der Diskussion wird eigentlich klar, keiner weiß so richtig, wo sich, ja, wo diese Leute, diese anderen irgendwie, wie die sich austauschen. Auf Seiten der Podcast gibt es allerdings auch schon mittlerweile einige politische Angebote, also sind auch einige der Macher hier auf dem Podstock, der Einmischen-Podcast zum Beispiel von der Jenny oder Aus dem Hintergrund von Tobi Beyer oder, ja, verschiedene andere Formate, die teilweise von Institutionen kommen, sowie von der Bundeszentrale für politische Bildung, die Wahlkabine, oder halt auch von Öffentlich-Rechtlichen, der WDR-Reinblick zum Beispiel ist so ein Landespolitik-Podcast oder halt auch aus der Nerd-Perspektive, sage ich mal, eben Logbuch-Netzpolitik zum Beispiel eine sehr weite Verbreitung gefunden hat, ja, also ein ziemlich weites Spektrum. Unser Podcast, der Valocast, den habe ich da jetzt auch mit drauf. So, für mich, warum ich das jetzt vorgeschlagen oder angeboten habe, ist halt, Podcast ist für mich nicht einfach nur so zum Spaß und, also auch, aber nicht nur eben. Es hat eben auch diese irgendwie ernste Dimension und dieses, also für mich ist es so eine Art demokratische Institution, weil es einen gewissen Auftrag erfüllt, weil es sozusagen ein Stück weit die vierte Gewaltpresse oder so noch ergänzt und erweitert und eben ermöglicht, dass Leute sich frei untereinander austauschen können, ohne Verlage, ohne Sender, ohne Reaktionen, die da irgendwie einen Gatekeeper spielen und eben ermöglichen, dass man so eine Emanzipation der Bevölkerung quasi hat und dass die Bevölkerung eine direkte Möglichkeit hat, ja, mehr oder weniger Macht auszuüben. Also so eine Art, wenn es Podcasts gibt, ist das für mich so ein Zeichen für eine offene, freie oder moderne Gesellschaft auch. Und warum, finde ich jetzt, eignen sich Podcasts besonders für ernste Themen oder für Politik auch? Es gibt halt verschiedene Vorteile. Das eine ist der Umfang. Man hat halt keine Längenbeschränkung. Man kann sich eben mit einem Thema so lange befassen, bis es erschöpfend erörtert ist gewissermaßen. Man hat eine super Bandbreite, so nenne ich das immer, weil man nicht, also wenn man Texte schreibt, dann ist das halt eingeschränkt. Bei Podcasts hat man immer noch die Möglichkeit, irgendwie auf die Stimme zu hören, auf die Modulation, wie meint jemand etwas. Das geht aus dem Text viel schwieriger hervor. Und auf der anderen Seite ist dadurch, dass es halt meistens kein Bild dazu gibt, ist es so eine gewisse Konzentration auf das Wesentliche, immer noch. Und man hat keine, sag ich mal, Ablenkung dazu. Und man kann es auch hören, eben nebenbei hören, während der Hausarbeit oder sowas, wo man halt sonst keine vielleicht politischen oder ernsten Themen konsumieren könnte oder darüber nachdenken könnte. Außerdem gibt es eben diese persönliche Bindung. Dadurch, dass man hört, dass da ein Mensch redet, ist da auch diese Hemmschwelle noch für mich intakt. Also diese Hemmschwelle, die sonst häufig jetzt ja genannt wird in den Medien, dass irgendwie der Ton im Internet so verroht oder was man auf Twitter vielleicht auch liest oder so, das ist irgendwie im Podcast viel intakter, weil man eben merkt, dass da ein Mensch ist auf der anderen Seite oder auch mehrere Menschen sind auf der anderen Seite und es da schwieriger ist zu beleidigen oder irgendwie sein, ja. So und natürlich die Möglichkeit, durch Shownotes und Links den eigentlichen Podcast zu begleiten und Quellen anzugeben und weiterführende Informationen anzugeben und so. Auch das hilft dem Medium Podcast für den Zweck Politik sozusagen. Also für mich sind das die besten Voraussetzungen, dass man politische Diskussionen führen kann, eng Engagierte, dass man einen Diskurs führen kann, also entgegengesetzte Positionen und dann das irgendwie versucht abzudecken und abzuklappern, so alle Positionen und alle Argumente, auch schwierige Fragen zu erörtern, welche die halt nicht ganz offensichtlich sind und auch sowas Konfrontatives drin zu haben, eine Diskussion, gegengesetzliche Meinungen, die man eben abwiegt gegeneinander. So und jetzt ist für mich das Ziel oder vielleicht auch so ein bisschen die Pflicht des Mediums Podcasts wäre eigentlich den Austausch zwischen Menschen zu befördern. Also die Polarisation, die wir erleben und die Radikalisierung an verschiedenen Stellen, dass wir das irgendwie schaffen, aufzubrechen oder aufzuhalten oder sogar umzukehren und damit gesellschaftliche Probleme bekämpfen können. Das, was wir erleben, Klimawandel, Misanthropie habe ich das mal genannt, ob man Nationalismus oder Rassismus oder irgendwie Menschenhass einfach dem entgegenzuwirken und auch Frust entgegenzuwirken, den viele haben mit der Demokratie, mit dem Regierungssystem, in dem wir sind, dass da irgendwelche Politiker sind, die irgendwie weit weg sind und so. Also da kann ein Podcast, glaube ich, oder kann ein Podcast als Medium halt Brücken schlagen, indem man Gespräche führt. Also liberale Ideen zu verteidigen im ersten Schritt, aber halt auch aufzubauen und zu verbreiten, ist auch so ein Ding, was ich dem Podcast zuschreibe. Als Pflicht sozusagen haben wir alle als Podcast-Macher die Pflicht, das irgendwie mit uns aufzunehmen und uns zu verbreiten und auch ganz direkt politische Forderungen aufzustellen. So, was wollen wir eigentlich, dass sich verändert? Das ganz explizit zu sagen und den Hörerinnen an die Hand zu geben, aber auch den Gesprächspartnern an die Hand zu geben und denen halt das mit auf den Weg zu geben. So eine Forderung, die wir haben oder die die Macher des jeweiligen Podcasts dann haben. Und das heißt also insgesamt, finde ich, sollte Podcast politisch aktiv werden. Von den Hörerinnen her, von den Machern her. So, aber es gibt natürlich Schwierigkeiten dabei. Die erste Schwierigkeit ist, diese Blase, von der ich gerade sprach, diese Wohlfühlblase, in der wir uns auch gerne natürlich aufhalten, hier auf dem Podstock oder sonst wo, die irgendwie zu durchstoßen. Wie kriegt man anderen Input? Wie kriegt man vielleicht konservatives Gedankengut, auf das man dann reagieren kann oder so? Wie lernt man so Leute kennen? Wie geht man in Diskussionen mit denen? Aber auf der anderen Seite natürlich auch das, was man dann erzeugt, was man produziert. Wie kann man das weitergeben an andere? Und nicht immer nur Preaching to the Choir oder offene Türen einrennen, die Hörer, die sowieso schon meiner Meinung sind. Sondern wie erreicht man andere Leute, die eher nicht meiner Meinung sind? Ja, eine wichtige andere Hürde oder Schwierigkeit ist, so diskutieren lernen. Ich mag das, also ich persönlich mag zu diskutieren, ich würde mich jetzt auch nicht als Profi bezeichnen, aber ich finde es ein bisschen schade, dass das in Deutschland gar nicht so einen hohen Stellenwert hat. Ich glaube, in den USA gibt es halt so Debattierclubs und auch in der Schule schon, da ist dieses Für und Wider von Meinungen und Argumenten gegeneinander, aufeinander eingehen und so, das ist da viel präsenter. Das haben wir irgendwie nicht so richtig in Deutschland und es ist superschwer, das zu lernen oder sich darauf einzustellen, dass man eben auf Argumente eingeht, dass man auf Argumente antwortet und die vielleicht entkräftet oder ihnen was entgegenstellt, was direkt dazugehört und nicht einfach woanders hinspringt, was anderes sagt. Es ist schwierig, dass man, wenn da ein Argument kommt, dass man sich nicht persönlich direkt angegriffen fühlt, in dem, wer man selber ist oder dass man sich darüber aufregt oder so. Und natürlich ist es auch schwierig, sein Gegenüber nicht anzugreifen und halt irgendwie respektvoll miteinander umzugehen. Also das ist für mich eine ganz schwierige Kiste, das zu lernen, wie man diskutiert, sodass es am Ende was bringt. Es ist nicht nur den beiden Diskutanten was bringt oder vielleicht auch mehr Diskutanten was bringt, sondern vor allen Dingen den Innocenten, also den Leuten drumherum, die denen die zuhören halt oder die sich das runterladen. Und eine weitere Schwierigkeit ist natürlich, dass die Themen, so Politik und so, das wird manchmal als irgendwie unbequem, ist langweilig, interessiert mich nicht, ist auch so weit weg, irgendwo da in Berlin und es ist auch kompliziert. Es sind ja nicht einfache Sachen, wo man einfach sagen kann, ja komm, machen wir so oder so, sondern es sind teilweise große, schwierige Zusammenhänge, die man erstmal begreifen muss und da ist natürlich eine Hemmschwelle, sich überhaupt damit zu beschäftigen, wenn man das einfach so abstempelt sozusagen, sagt, das ist zu kompliziert, komm, lass uns lieber den nächsten Laber-Podcast anhören. Ja, was für Möglichkeiten gibt es für mich? Also, was für Möglichkeiten gibt es sozusagen für den Podcast, im Podcast? Ich glaube, eine Sache, die auch schon vielfach verwendet wird, ist eben, den Podcast als eine Art Lehrmittel zu begreifen und zu sagen, Geschichte zum Beispiel zu vermitteln, als wichtige Grundlage. Also, den Geschichtsunterricht von Holger Klein, von Vrindt kennen vielleicht einige, so in diese Richtung oder auch den Politikunterricht. Dann eben so Wissenschaftshintergrundthemen ist natürlich auch wichtig. Das sind die Grundlagen sozusagen, auf denen man dann argumentieren kann für Klimawandel oder so. Also, da hat der Podcast, an der Stelle hat er schon viel oder das Podcast-Universum. Dann kann man Diskussionen machen, also zwei, drei Leute, die vielleicht unterschiedlicher Meinung sind, hinsetzen und miteinander reden. Dafür ist es eigentlich ideal. Also, das ist die perfekte Bühne. Man kann eben neue Perspektiven aufzeigen, von denen die Hörer noch nicht wussten, dass es sie gibt oder die irgendwie mal anders beleuchten, neue Stimmen, neue Gedanken bieten, indem man ein Interview macht mit irgendjemandem, der halt außerhalb des normalen Dunstkreises sich bewegt. und was man auch machen kann, das habe ich schon ein paar Mal versucht, das ist eine schwere Hemmschwelle sozusagen zum ersten Mal zu überwinden, aber eigentlich geht es ganz gut, ist Leute auf der Straße ansprechen. Also wirklich einfach ein Aufnahmegerät nehmen und irgendwie durch die Fußgängerzone laufen und Leute ansprechen. Man muss sich da ein bisschen überlegen, was man fragen will und was man erreichen will, aber grundsätzlich geht es schon. Und da ist die Hemmschwelle, auch bei den Leuten natürlich, gibt es da eine, aber die ist auf jeden Fall deutlich geringer, als wenn man mit einer Videokamera durch die Gegend läuft. Weil man, ja, also als gefilmt werden will man vielleicht nicht so sehr, aber in Mikrofon reinsprechen, das geht schon irgendwie einfacher. Dann gibt es noch als Möglichkeiten eben, also wenn man sich jetzt quasi mit dem Gedanken trägt, wie kann ich, wie könnte ich mich jetzt daran beteiligen im Podcast-Universum? Es gibt natürlich Nachrichten, so Neuigkeiten irgendwie, politische Nachrichten. Das Feld ist schon so ein kleines bisschen besetzt. Da gibt es schon Sachen wie Lage der Nation oder auch Lauer und Wehner zum Beispiel, gibt es so ein paar, aber da schadet ja nicht, das noch ein bisschen anzureichern mit noch einer anderen Sichtweise vielleicht. Also so Nachrichten, politische Nachrichten, das wäre eine Möglichkeit oder auch sich auf ernste Themen fokussieren, konzentrieren, expertenmäßig, Klimawandel, Nachhaltigkeit, ich weiß nicht, sowas. Oder halt Extremismus, weiß ich nicht, ein Podcast, wo man mit Extremismusforschern redet oder irgendwie sowas. Warum nicht? Und eine Möglichkeit ist natürlich auch in den normalen Formaten, die es so gibt, die man so macht, sowieso schon, also in den Unterhaltungsformaten auch explizit eine Haltung einzunehmen und klarzumachen, wofür man steht und warum. Das für mich Wichtige ist immer, das Warum. Warum, also das Begründen, die eigene Haltung, die eigene Meinung und nicht einfach nur sagen, das ist so und da reden wir jetzt auch nicht drüber, das diskutieren wir nicht, sondern das so ein bisschen vermitteln und erklären. So und jetzt, also so ganz konkrete Ideen und Vorschläge, die ich habe, ist, was könnte man machen? Man könnte zum Beispiel irgendwie abgestimmte Aktionen zwischen verschiedenen Podcasts machen. Also wenn der eine Podcast sich darum und der andere darum beschäftigt, im Vorlauf zu einer Wahl zum Beispiel könnte man halt, könnte man in jedem Format für sich sozusagen das Thema aufgreifen, aufeinander verweisen und da so ein bisschen generell so die, die, die Bedeutsamkeit vermitteln. Also weiß ich nicht, oder Klimawandel, ein Podcast Klimawandel Woche machen oder einen Monat, ja, wo jeder, jeder Podcast aus seinem Blickwinkel sich mit dem Klimawandel beschäftigt. wäre eine Möglichkeit. Man könnte eben gegenseitige Gäste sein in Podcasts, also wenn jetzt der Wissenschaftler von, ich weiß nicht, der aus dem Wissenschaftspodcast halt zu einem Politik-Nachrichten-Podcast geht und so, diesen Austausch da so ein bisschen macht, das ginge, was auch schön war, zur, nicht zur letzten, doch zur letzten, zur vorletzten Bundestagswahl war das, gab es noch so ein Bundesrat, Radio mit Tim Pridloff und Philipp Banse, wo die wirklich so eine, so eine Wahlberichterstattung gemacht haben, mit Video und allem Schnick und Schnack, aber warum das nicht so ein bisschen verteilt machen, ja, über einen Wahltag, wo, wo irgendwie sechs, sieben Leute sich zusammentun und ihre Streams zusammenschalten und jeder macht eine Stunde oder so. Könnte man machen. Ganz verrückte Idee, bin ich gestern auch erst nochmal drauf gekommen, wie wäre es, wenn wir versuchen, alle Bundestagsabgeordneten mal zu interviewen. Das sind irgendwie 800 oder so, aber es gibt ja genug Podcasts, es gibt genug Podcaster, die das machen könnten. Jeder muss nur ein, zwei in seiner Umgebung ansprechen und mit dem Interview machen. Ja, wäre eine Möglichkeit. Also insgesamt ist die Frage, ob es Interesse genug gibt unter den Podcastern, um so eine Art Cluster zu bilden oder ein Netzwerk von politisch interessierten Aktivistin, wie auch immer, wo man sich halt einfach so kontinuierlich austauschen kann und das Thema vielleicht weiter diskutiert. So, und jetzt zuletzt eben, um jetzt dann auch endlich in die Diskussion zu kommen, die Frage, was haltet ihr von meinen Thesen? Also das, was ich einleitend erzählt habe. Was für andere Podcasts kennt ihr vielleicht, die ich jetzt nicht nicht erwähnt habe? Habt ihr noch Vorschläge? Und ist der Zug vielleicht schon abgefahren? Also haben uns mittlerweile YouTube oder auch die Öffentlich-Rechtlichen und Verlage, die ihre eigenen Podcasts machen, haben die uns jetzt schon wieder das Heft aus der Hand genommen und da läuft jetzt die politische Willensbildung weiter. Jetzt seid ihr dran. Ja, also deine Thesen, die würde ich so unterschreiben, es klingt etwas aufwendig und ich glaube, das ist auch der Grund, woran es scheitern könnte. Der Zeitaufwand und zum Beispiel alle Bundestags, Abgeordneten mal zu interviewen, wenn man da so durchrechnet, auch wenn man das verteilt, der Bundestag ist ja doch schon recht groß. Also da wird eine Legislaturperiode kaum reichen. Ich glaube, es sind 800 ungefähr. 800, genau. Ich glaube, sowas wie 800. Ja, das könnte knapp werden. Gut, vielleicht ist alle hochgegriffen, aber ja. Die Idee finde ich aber nett. Also so mal Job kündigen und nur das hauptberuflich machen, ich denke, das ist das Problem. Also man müsste sehr viel Zeit reinstecken und daran wird es vielleicht scheitern, dass man das umsetzen kann. Aber grundsätzlich gebe ich dir vollkommen recht in deinen Thesen und auch, dass man was tun kann und vielleicht auch was tun muss. Ich nehme einfach das hier. Ist das an? Hört ihr mich? Okay. Also ich fand deine Thesen zur Podcast-Blase zu den Personen, die Podcast machen, sehr zutreffend. Also so habe ich das auch erlebt oder so erlebe ich das auch und ich glaube, dass das ein Teil des Problems ist. Du hattest gesagt, das ist eine privilegierte Gruppe und ich glaube, dass es keine Personengruppe ist, die von Politik betroffen ist in dem Sinne, wie das zum Beispiel marginalisierte Personengruppen sind, die zum Beispiel, das ist mir während deines Vortrags aufgefallen, du hast, glaube ich, ein Politikverständnis, so wie ich das verstanden habe, ein Politikverständnis, das auf Demokratie beruht und auf repräsentativer Demokratie, also so eine Bundestagsstruktur, das ist zum Beispiel überhaupt nicht, wie ich politisch bin. Ich bin eher anarchistisch, dass ich das für ein System halte, das aus dem heraus Politik gemacht werden sollte oder so, das ist einfach für mich kein politisches Handeln, mir jemanden zu suchen, der meine Thesen vertritt, sondern zu gucken, dass ich in einer Gemeinschaft bin, in denen nicht diskutiert wird und also auch in Frage gestellt wird, sondern eher, dass man schaut, was wollen wir eigentlich und wie kommen wir dahin gemeinsam. Das ist einfach eher so mein Politikverständnis. auch sehr bin ich hinterher zu sagen, dass das Persönliche politisch ist. Auch das ist etwas, was für mich jetzt nicht in Frage kommen lassen würde, okay, ich spreche jetzt mit Abgeordneten oder so, um das, was mich bewegt, irgendwie einzubringen in den Diskurs. was ich allerdings auch sehe ist, du hattest eine Folie, in dem du gezeigt hast, was Podcasts sein könnten und zwar ja genau die und das sehe ich auch ganz genauso und denke, dass da eine Möglichkeit ist und viel Potenzial ist, auch Graswurzelbewegungen anzustoßen und vielleicht gar nicht mal so zu schauen, okay, wie kriegen wir uns jetzt alle demokratisch hin, also wie können wir mal drüber reden, was jetzt politisch dran ist, sondern auch, um uns da der Frage anzunähern, warum machen wir Politik, wie wir sie gerade machen. Ich glaube, viel von diesem Frust, der jetzt zu, ja so Frust über Demokratie, ist das ja eigentlich nicht. Es ist ja eigentlich, da steckt ja was ganz anderes hinter und das so rauszuarbeiten und immer ein bisschen zu schauen, okay, warum ist das so und warum fällt es uns zum Beispiel schwer, so Nazi-Podcasts zu finden oder so. Das steht natürlich nicht vorne dran. Das ist nicht der Nazi-Cast oder, ne? Die Bewegung war auch gut. Das sind ja, das ist ja einfach, wenn du jetzt so ein Laber-Format hast und sagen wir, das geht vier Stunden, dann kann das in der ersten Stunde, wie der ganz normale Heinz und Bertram aus Berlin sitzen da und reden über ihren IT-Job uns in Stunde drei und vier fangen sie an, ach ja, man müsste eigentlich mal diese Asylunterkünfte anzünden. Das gibt es. Das heißt, worauf ich damit hinaus will ist, ich glaube nicht, dass es die nicht gibt und ich glaube auch nicht, dass es diese Podcasts nicht auch in unserer TM-Blase gibt. Ich glaube einfach, dass wir gar nicht mal so sensibel dafür sind und da vielleicht mal schauen müssen, ja, wie man auch die eigene Blase kritisch hinterfragt und das als politisches Handeln begreift, also eine eigene kritische Haltung zu dem zu entwickeln, was man da eigentlich macht. Wenn jemand nur Unterhaltung macht, dann hat er oder sie ja sicherlich auch mehr Gründe als, ja, ich mache einfach gern Unterhaltung. Da gibt es ja auch mehr oder weniger bewusst eine Entscheidung gegen eine Auseinandersetzung mit politischen Inhalten. Das wäre jetzt so das, was ich an Gedanken und Input dazu hätte. Okay, danke. Ich bin ja begeisterter Aufwachen und sozialdemokratische Podcasts wie Halb 10 FM-Hörer und teilweise Sozi-Pod und Einmischen finde ich ganz gut. Was mich auch selber anreizt, selbst einen Podcast zu machen. Ja, ich finde, man sollte inhaltlich ganz klar in die Richtung eines Nachrichten eines Nachrichten Podcasts gehen, obwohl man auch selbst politische Forderungen natürlich aufstellen sollte. Da finde ich beispielsweise die Grundsteuerreform jetzt demnächst eine gute Idee, wo jetzt einfach Jenny Günther ganz klar mit ihrer Bodenwertsteuer schon meiner Meinung nach etwas den Diskurs verändert hat durch so einen Podcast. Also das finde ich schon hat natürlich Mobilisationscharakter ebenfalls. Wie man das natürlich dann ausnutzt beziehungsweise sich davor versperrt in gewisser Weise zu mobilisieren, weiß ich jetzt auch nicht, wie man da am besten mit umgehen sollste. Also ich gebe ja zu, ich höre gar nicht so viele politische Podcasts, aber ich finde jeder Podcast ist ja auch so ein bisschen politisch. Also wir zum Beispiel, wir machen ja Frauenfußball und ich setze damit ja auch ein Zeichen, dass mir jedes Mal im Prinzip, ja ich weiß, ich erzähle jedes Mal sich Frauenfußballer, ich weiß, übrigens die deutschen Frauen haben gestern eins nur aber für mich ist das ja, das hat ja auch viel mit Gerechtigkeit, mit Geschlechtergerechtigkeit zu tun, mit Gender, Gay, ihr wisst schon, Gender, Pay, Gap, meine Güte, das heißt heute dritte Tag. Und deswegen, ich finde, es gibt viele Sachen, da ist das auch nebenbei immer so ein bisschen politisch, auch in der negativen Form. Wir hatten ja mal bei Früff so einen Fall, wo dann ein Podcast uns kommentiert hat, der relativ sexistisch geworden ist. Das hätte man gar nicht so gemerkt, wenn man nicht darauf hingewiesen ist, aber auch das ist ja eine Haltung, wenn ich einen Podcast mache und mich dann permanent negativ äußere und dass man dem das vielleicht auch sagt, das ist nicht in Ordnung, dass du Frauen bewertest oder was weiß ich, dass man alles kann. Ich versuche immer freundlich und ich versuche auch irgendwie keine Diffamierung irgendeiner Art zu machen und das finde ich, versuche ich dann auch raus zu machen. man kann immer seine Haltung auch in jedem normalen Podcast gut darstellen, das finde ich immer wichtig, ohne jetzt direkt was zu machen und ich persönlich zum Beispiel würde auch, finde ich ja Politik super spannend, aber ich kenne mich damit nicht aus, das heißt jeder, der so halbwegs kompatibel ist, würde mich immer gegen die Wand reden, deswegen ist das immer für mich schwierig. ich müsste mich da so intensiv drüber, das ist ja auch das, was der Rezo hatte, der hat ja so viel gemacht sozusagen und da muss man sich ja so einlesen und jedes Thema reinfuchsen, dass man da nicht sofort gesagt bekommt und selbst wenn man es macht, so ein bisschen, keine Ahnung, wird mal erwachsen und was weiß ich, drittener Partei, war, ich meine, ich bin da Partei, aber ich finde das immer super schwierig, aber ich finde zum Beispiel, weil die Idee, die ich jetzt bei dir total gut fand, war jetzt irgendwie den Bundestagsabgeordneten, es gibt ja gute Bunde, also es gibt ja auch vernünftige Bundestagsabgeordnete, wir haben zum Beispiel in Dortmund einen, der ist aus der SPD ausgetreten, weil die SPD nicht mehr SPD-ich fand, das fand ich scheiße von ihm, weil ich meine, so wird das nie wieder was mit der SPD, es tut mir leid, wenn die Guten gehen, dann wird es halt nichts, aber von seiner Grundhaltung ist er ja total gut, also solche Leute braucht es eigentlich und das ist, solche Leute kann man, die sind ja wirklich interessant. Vielleicht ganz kurz eine kleine Erwiderung noch darauf, ich, also dieses Argument kenne ich von meinem, von diesem Valocast, es ist super schwierig, sozusagen öffentlich seine, eine politische Meinung zu einem Thema zu äußern, das ist auch wieder so eine Hemmschwelle, die man überwinden muss dann, weil man glaubt, wenn man so eine Meinung hat und man äußert die öffentlich, dann muss die wasserdicht sein und perfekt sein, die muss dann in allen Richtungen abgesichert sein und irgendwie kongruent in sich sein und rund und da muss ich schon ein Jahr darüber philosophiert haben, warum ich jetzt diese Meinung habe, das ist für mich nicht so, also das, der Podcast heißt der Valocast, weil wir angefangen haben damit, den Valomaten durchzuklicken und dann einfach darüber zu reden, was diese These sagt und da haben wir nicht immer noch vorher darüber recherchiert, wir haben einfach gesagt, was wir gedacht haben und das, so ist es doch die ganze Zeit, das machen wir, das machen Menschen die ganze Zeit und das ist auch völlig legitim, das so zu machen und ich glaube, dieser Hemmschwelle müssen wir versuchen auch runterzukriegen, dass man, dass man glaubt, dass man sich nur politisch äußern kann, wenn es eine perfekte Meinung ist und das ist Quatsch für mich. Ich wollte noch mal Ich wollte noch mal was sagen zu deinem Vorschlag jetzt etwas Aktuelles zu machen, zum Beispiel von einem Wahltag zu berichten. Das kann ich mir eigentlich nur vorstellen von einem Podcast, der schon sehr, sehr viele Follower hat, wo auch die Follower, die HörerInnen eventuell daran gewöhnt sind, dass ab und zu mal Live-Schaltungen kommen, weil sonst, denke ich, ist das fast vertane Liebesmüh. Ich denke, also ich erlebe den Podcast eher als Möglichkeit, mich mit etwas intensiv auseinanderzusetzen, egal ob das jetzt der Podcaster ist oder die HörerInnen, aber diese Aktualitätsgeschichten finde ich schwierig. Das ist eine Riesenherausforderung, sowas zu machen. Ja, wie gesagt, das kann vielleicht eine Lage der Nation zum Beispiel machen oder einen Aufwachen-Podcast. Ich weiß jetzt nicht, was die aktuell, was die für Hörerzahlen haben, aber ansonsten ist einfach die Problematik, dass vielleicht an dem Tag dann eben niemand zuhört, weil das ist, wenn ich es mir dann zwei Wochen später erst anhöre, was man ja oft bei Podcasts macht oder vier Monate später, dann ist es vielleicht nicht mehr interessant. Das ist natürlich auch eine Frage des Marketings. Also wenn in allen Podcasts darüber geredet wird, übrigens dann und dann ist hier unsere Podcast-Bubble Live-Schalte während der Landtagswahl oder so. Warum nicht? Ja, also ich sag mal so, ich hab zwei Podcasts, diese beide, also ich hab mehrere Podcasts, aber zwei davon sind politisch. Der eine ist einfach vom Thema her politisch, die autistischen Wahrnehmungen. Das ist im Prinzip auch ein politisches Thema. Thema, ich mach damit eine komplett, eine, ups, das bin ich. Entschuldigung. Ja, der Kuchen ist wichtig, der Gericht geht. Aber egal. Zurück, ich mach damit halt eine unsichtbare Behinderung, die man nach außen hin nicht sieht, sichtbar und ich hätte nie gedacht, dass das der Podcast wird, mit dem ich die meisten Downloads habe und das ist klar auch ein politisches Statement, das ich da setze, halt um aufzuklären. Und ansonsten, ich mach mit Frank zusammen, den hör doch mal zu Podcast und wir haben eigentlich in jeder, gut, jetzt, wenn wir Gäste haben, nicht, aber sonst haben wir eigentlich auch immer Themen drin, die definitiv politisch sind. Wir werten sämtliche Wahlen aus und wir haben, wir haben nicht viele Hörer, aber wir haben durchgehend 100 bis 120 Hörer, das ist ein sehr, sehr kleiner Podcast, aber die Hörer sind uns treu. Wir kommen regelmäßig alle zwei Wochen raus. Man muss nicht die Lage der Nation sein oder weiß ich nicht, die Wochen der Morgung, um politische Themen zu behandeln und ich finde es schwierig zu sagen, ja, nee, über politische Themen können wir nicht reden, weil das Ding ist, im Prinzip ist ja eigentlich alles politisch. Also es gibt ja eigentlich kein Thema, was nicht politisch ist. Also ich, also dann könnte ich ja über gar nichts im Podcast reden, außer das Wetter und ich glaube, Wetter ist mittlerweile auch politisch. Also eine Frage, die ich an dich habe, ist, was diesen Autismus-Podcast angeht. habt ihr da schon mal mit Politikern geredet auch über das Thema zum Beispiel? Also das ist das, was du gerade gesagt hast. Für mich ist das wichtig, dieser Parlamentarismus und diese Demokratieform, die wir haben und diese repräsentative Demokratie und für mich ist der Gedanke, dass da Bundestagsabgeordnete sind, die mich vertreten und denen müssen wir irgendwie unsere Lebenswelt mitteilen und wenn du so ein, ja, also die Frage. Ja, weiß ich gar nicht, das ist gar nicht mein Ziel damit. Mein Ziel ist damit erstmal überhaupt Aufmerksamkeit für das, ich sag mal so, der Podcast ist jetzt auch nicht direkt politisch. Ich stelle da keine Forderungen auf, ich berichte halt über meinen Autismus und das ist ja politischer Aktivismus oder behinderten politischer Aktivismus im Prinzip. Das hat mit parlamentarischer Demokratie in dem Sinne erstmal gar nichts zu tun. Aber muss es ja auch nicht, nur weil ich politisch bin, muss ich gar nicht gleich auch mit, ja, jetzt Vertretern reden. Und das ist auch schwierig in dem Bereich. Da kann ich mich anschließen. Ich habe seit 2015, mache ich viele sein, das Podcast und wir sprechen über die Folgen schwerster Traumatisierung nach organisierter Gewalt zum Beispiel, was ein hochpolitisches Thema ist und was auch gerne instrumentalisiert wird, aber wir Betroffenen werden so gut wie gar nicht gehört in unserer Lebensrealität, auch von PolitikerInnen nicht. Und das ist etwas, was unseren Podcast an sich zu einem politischen Akt macht. Also allein der Umstand, dass wir sprechen, dass wir uns angreifbar machen, ist, dann schon ein politischer Akt, der an manchen Stellen auch weit über unsere Kapazitäten geht. Also genau in dem Moment, in dem wir überhaupt dort sprechen und ansprechbar sind, leisten wir etwas, wo ich sagen würde, Menschen, die von sich behaupten, ihr Job bestünde daraus, uns zu vertreten, das wäre eigentlich was, was die machen müssten. Ja, in unserem Fall haben wir ja nicht nur mit Desinteresse zu kämpfen, wir haben auch mit anderen Diskriminierungsachsen zu tun, in dem Fall zum Beispiel Ableism, dass wir als krank eingeordnet werden und nicht als Opfer systematischer Missstände und Gewalt an sich, die eben ja häufig auch verwaltet wird mit Politik. Das ist sowas, wo wir festgestellt haben, wir haben in den ersten Episoden sehr viele politische Forderungen auch gestellt und es kam nie Resonanz, weder von unseren HörerInnen noch von Stellen, an die wir das gezielt angetragen haben. Und heute ist es so, dass wir uns in Initiativen stark machen und da versuchen, in den Strukturen, in die wir eingeordnet werden, sprich Krankenkassen zum Beispiel, unsere Themen zu platzieren und stellen fest, ja, es funktioniert auch wieder nicht. Wo ich dann manchmal auch ja so rausgehe und denke, okay, vielleicht ist es das, was wir jetzt zu diesem Zeitpunkt, in dem wir uns gerade befinden, vielleicht ist es das, was wir machen können, zeigen, dass es uns gibt, zeigen, dass wir Forderungen haben und der Rest ist dann vielleicht hoffen, Glück haben, auf Verteilung hoffen, dass das irgendwann mal in welcher Form auch immer bei PolitikerInnen landet oder bei politisch aktiven Personen landet und wo ich, ja, wo ich eine gewisse Demut zusätzlich zu meiner Enttäuschung einfach auch dann einplanen muss. Immerhin gibt es unser Format noch, das kann man von vielen Blogs zum Beispiel, die das Gleiche gemacht haben, auch nicht mehr sagen. Es gibt also dann auch immer wieder Phasen. Okay. Also auf jeden Fall, das, was ihr beide gesagt habt, das ist auf jeden Fall politisch, also die Podcasts sind politisch und so weiter. Aber, ja, also mein, meine, mein Vorschlag wäre trotzdem nochmal vielleicht an euch beide oder das, was ich auch gestern schon bei deinem Vortrag gesagt hatte, man kann, man kann, ich weiß, das ist eine große Hürde erstmal, aber an sich sind das alles Menschen, diese, diese Politiker und diese Abgeordneten und das sind halt die, die in der, in der Struktur, in der wir leben, dafür gedacht sind, genau so was mitzukriegen und vielleicht wäre es eine Idee, mal irgendwie eine oder einen Politiker, der genau dieses Thema auf dem Zettel eigentlich hat. Es gibt ja, es gibt ja Beauftragte für alles mögliche in den jeweiligen Parteien und im Bundestag und so weiter und wenn man sich den Richtigen sucht und den mal einlädt oder besucht und mit dem über dieses Thema redet und dem so einen Zettel vorbereitet quasi, so das sind übrigens hier, das sind unsere Forderungen, nimm das mit, das haben wir mit dem CCC zum Beispiel auch schon mal gemacht, haben wir einen Grünen eingeladen und haben ihm so, so Bildungssachen für, also wie man sozusagen Informatik in Schulen lehren könnte, das haben wir ihm mit auf den Weg gegeben und der hat, bei dem hat, man hat gesehen, dass sich so Rädchen im Kopf bewegt haben schon. Ich finde persönlich, dass beides wichtig ist, weil allein schon dadurch, dass man sich ja die Themen in die Welt setzt und sagt, hallo Leute hier in meiner Followerschaft, reden wir jetzt mal drüber, wir diskutieren da drüber, verändert man ja schon in gewisser Weise zumindest das gesellschaftliche Klima und den gesellschaftlichen Diskurs innerhalb der Followerschaft und das ist ja schon ein Riesenschritt, das ist ja schon ein, was, was einen stärkt, was einen froh macht, das ist ja schon ein Herauskommen und ich muss leider auch sagen, viele Politiker finden Podcasting jetzt noch meiner Meinung nach zu sehr als ein absolutes Randthema. Also ich bin zwei Jahre jetzt einer Juso-Abgeordneten aus Saarbrücken hinterher gelaufen, damit sie mal einen Podcast mit einer Podcasterin macht. Am Endeffekt hat sie jetzt vor drei Tagen so, ach, ich habe viel zu viele Themen auf meinem Zettel, ich kann gar nicht kommen und sorry reagiert, wo ich dann wirklich schon rot angelaufen bin und gedacht habe, ey, spinnst du jetzt total? Das ist, ich meine, ja, ich weiß noch nicht, wie ich wirklich damit umgehen soll, um es mal so zu sagen. Vielleicht wird es jetzt besser über Rezo, weil man kann jetzt einfach sagen, ja, Podcast ist so wie das Rezo-Video, nur ohne Video, wir reden einfach nur. Vielleicht, vielleicht verstehen sie es dann jetzt. Direkt dazu, jetzt vielleicht so für dich als Idee, es gibt einen Podcast, da unterhält sich eine junge Frau mit 100 Frauen, das ist ein feministischer Podcast und die hat auch schon mehrere sehr bekannte und sehr beschäftigte Frauen vor das Mikrofon bekommen, unter anderem Katharina Barley, was immer ich auch von ihr halten mag, das ist ja ganz wurscht, aber die hat bestimmt eine enge Agenda und sie hat das geschafft und ich denke, was wichtig ist, ist, dass man der Person, die man interviewen will, dass man der verkauft, was sie davon hat. Also wenn du drangehst und sagst, das ist für uns wichtig, für mich wichtig, für deine Hörer wichtig, dann zieht das nicht bei allen, aber wenn man den Leuten verkauft, was da für sie wichtig dran sein könnte, dann sind die anders motiviert. Ja, ich bin ja genau so an sie herangegangen und habe ja erzählt, dass es für die SPD wichtig ist und da sie ja auch in der SPD ist, müsste es ja eigentlich einen gewissen Anreiz geben, dann auch sich zu präsentieren. Okay, da muss ich dir aus meiner beruflichen Erfahrung sagen, ich habe 20 Jahre Vertrieb gemacht und da lernst du, wenn du mit fremden Personen zu tun hast, wenn du jetzt irgendwo hinkommst und möchtest einer Person was verkaufen, geht es darum, diese Person zu erreichen und was interessiert die andere Person in erster Linie sich selber und in zweiter Linie interessiert sie sich für sich selber und in dritter Linie für sich selber und ganz, ganz weit hinten kommt die SPD. Sorry, es ist knallhart so. Deswegen, du musst die Person erreichen als Person und musst ihr verkaufen, ist jetzt mal meine Überzeugung oder auch meine Erfahrung, du musst ihr verkaufen, was sie persönlich davon hat, so ticken Menschen leider. Das, was du dir vorstellst, ist schön, aber das funktioniert in der Realität oft nicht. Es mag Ausnahmen geben, aber ich glaube, dass das, du könntest es einfach mal so probieren jetzt, indem du dich hineinversetzt, was könnte ihr denn Anreiz genug sein, sich da ein Stündchen Zeit abzuzweigen und vielleicht nochmal einen neuen Anlauf nehmen. Also nur als Idee, ich habe ja kein Patentrezept, aber wäre vielleicht eine Möglichkeit. Wir müssen das jetzt an dieser Stelle leider abbrechen, auch wenn ich glaube, wir können die Diskussion noch ein paar Stunden weiterführen. Es gibt natürlich die Möglichkeit, euch nochmal zusammenzusetzen und über mögliche Ansätze zu reden. Ich finde das jetzt ganz schön, Punkt mit so konkreten Handlungsideen aus der Diskussion zu gehen und die vielleicht ein bisschen weiterzuentwickeln. Vielen Dank, Hanno, für deinen Input und vielen Dank allen Teilnehmenden an der Diskussion. Dankeschön.